Mercedes-Benz hat bereits seit 2013 Erfahrung mit Over-the-Air-Updates. Rund 12 Millionen Fahrzeuge haben wir bis heute auf diesem Weg aktualisiert. In der A-Klasse haben wir 2018 erstmals MBUX eingeführt, das bis heute Benchmark im Automobilsektor ist. Neben der intuitiven Benutzerführung und dem sprachresistenten HeyMercedes verfügten MBUX über zahlreiche Funktionen, die online abgerufen werden und nicht im Fahrzeug installiert sind. Am Beispiel einer A-Klasse aus 2018 möchte ich Ihnen heute zeigen, wie Sie durch Over-the-Air-Updates Ihr MBUX-System mit neuen Features erweitern können. Und hier kommt die gute Nachricht. Sofern Sie die Einstellungen Ihres MBUX-Systems für Software-Updates nicht verändert haben, brauchen Sie nichts zu tun. Das Fahrzeug fragt regelmäßig bei unserer Mercedes-Cloud an, ob neue Software verfügbar ist. Diese Software wird automatisch heruntergeladen und installiert. Das alles passiert im Hintergrund. Sie können Ihr Fahrzeug und das MBUX-System weiterhin uneingeschränkt verwenden. Wenn im Hintergrund alles vorbereitet ist, bietet MBUX um Ihre Zustimmung, um die neue Software zu aktivieren. Schiefgehen kann da nichts. Mit unserem aktuellen Fresh-Up 3-Update erhalten Sie zahlreiche neue Features und Services. Allem voran unser Mercedes-Me-Store. Hier können Sie neue Features für Ihr Fahrzeug freischalten. Beispielsweise das DAB-Radio, das Ihnen besten Empfang in digitaler Qualität ermöglicht. Außerdem ist nun Online-Music an Bord. Und jetzt ganz neu, inklusive Amazon-Music. Hey Mercedes! Was kann ich für dich tun? Spiel mir Rockmusik! Die Möglichkeiten für unsere Kunden mit Over-the-Air-Updates werden wir in Zukunft immer weiter ausbauen. Eindrucksvoll ist dies bei der S-Klasse zu sehen. Mit über 50 updatefähigen Steuergeräten können sich unsere Kunden nach Kauf des Fahrzeugs auf jede Menge weiterer Features einstellen. Damit haben wir als Entwickler ganz neue Möglichkeiten, unseren Kunden nach Kauf noch Erweiterungen zukommen zu lassen. Die Spannweite reicht dabei von Digital Light über Komfortfunktionen bis hin zu neuen Infotainment und Connectivity-Features. Und was bedeutet das für Sie? Ihr Fahrzeug wird immer besser und bleibt up-to-date. dann Dynamisch und wurde von Norman in digital Translation im Auftrag zu sehen. 0 0